Ja, komm, 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 das ist der Moment! Mach, 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 mach! Schlau, mach, mach! Schlau, mach, mach! Mach, mach! Was? Nati, hast du eine Jacke vor mir? Ich mein, das ist ne Wäsche. Nein. Bitte! Nein, du nimmst immer meine Sachen und dann kommt sie mich zurück. Ich hab keine Jacke, was soll ich denn jetzt abziehen? Nein! Es ist kalt! Mir scheiß ich nicht alles, das bleibt zu Hause. Tolle Schlöster! Ja, tschüss. Musik Was? Glor, gib mir ins Kilo! Nein! Bitte! Was ist denn dein Schatz vor dem? Siehst du nicht, dass ich keinem besser machen will? Was machst du denn? Lass doch mal raus angehen! Geh einfach! 1,8,6,6! Warum? Halt ab! Komm jetzt gleich! Gehst du? Ich schmuck mich dann nicht raus. Okay. Kann ich mitkommen? Nein! Ich geh mit meinen Freunden. Was willst du denn da? Ja, dann können wir was zusammen machen. Nein! Ich fach doch nichts mit dir und meinen Freunden zusammen. Wieso? Ich hab kein Problem damit. Nein, nein. Ich bin gerne mit dir zusammen. Ja, schön. Ich will aber nicht. Sagen wir uns zusammen schminken. Hast du keine Freunde? Nein, ich will schon. Du kommst nicht mit! Ich war nicht bald. Oh, such dir andere Freunde! Mann! Wo willst du denn hin? Ich geh raus. Wie raus? Die Mama und Papa sind gar nicht da. Wo willst du hin? Ja, und du darfst gar nicht raus. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Hey, beruhig dich mal. Es wird ja vier Stunden durchgehen. Nein, du gehst nicht raus. Ey, vier Stunden nicht raus. Ich hab gar keinen Fall raus. Du gehst ja gar nicht raus. So? Wer soll denn auf dich aufpassen? Ich brauch dich! Nein! Ich bin schon 25! Ich hab die Verantwortung! Ich werd nicht! Raus! Ich hab mich verabredet. Ich geh! Tschö! Mann! 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 Das war Spaß. Ist schon, ich werd das sagen. Okay. Das muss ich machen, wenn du es nicht sagst. Ja, okay. Ja, geh und zieh am besten aus. Outro 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 Outro